Bist du ready? Dann hol dir jetzt ein eigenes, flauschiges Plüschtier für zuhause! Saftig, Manfred, Totem, Blocky, Meloni, Baby Chaos Row und viele mehr! Mit dem eigenen Plüschtier deiner Seite begleitet dein kleiner Freund durch den Alltag! Nur jetzt auf shop.chaoswitzi.com Hi Leute, das ist wieder mal Chaos von 40 und willkommen zurück zu Minecraft! Aber Puppet verfolgt uns! Eine Puppe? Puppet? Ist sie die Barbie-Puppe? Puppet! Warte, was sind denn doch kleine Hunde? Puppet ist so... Nein, kein... Nein! Puppi! Kein Puppi! Puppet ist eine Marionette. Ich glaub das Ursprünglich aus Five Nights at Friday ist. Die richtig creepy ist. Aus so einer Musikbox. Ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß nur, wir müssen angeblich die Musikbox nicht auslaufen lassen. Irgendwie so, keine Ahnung. Easy! Meine gruselige Marionette! Nein, ich verlasse nicht! Sonst geht's los! Leute, wie immer, Daumen hoch lassen für mehr Folgen verfolgt hier. Kommt es weiterhin hier. Und Leute, checkt unbedingt die saftigen Designs aus. Viele wissen nämlich gar nicht, es gibt ein Team Meloner Donut-Design. Guck mal, wir sind ein Loch drin in der Mitte. Ich hab das hier. Und hier links, wenn ihr Geburtstag habt, holt euch das Geburtstag-Design. Ihr kriegt eine persönliche Karte, wo ich euren Namen drauf schreib. Shop.kaosity.com Schaut vorbei und holt es euch hier. Ich hab keinen Daumen! Du hast keinen Daumen! Oh mein Gott! Nein! Ich hab nur Ende! Und go! Wo gehen wir hin? Ich glaube, ich hab vorhin... Guck mal, hier oben habe ich kurz einen Dschungeltempel gesehen. Wir sind im Dschungel immer wieder, gell? Ich finde, actually, Dschungel ist ein schönes Biom. Waren wir schon mal im Dschungel? Ich glaube, wenn wir einmal in der Folge von SCP, der so komisch laut schreit... 2, 3, 4! Der Fleisch batzt, keine Ahnung! Ja, stimmt! Und repotzt sich! Der nächste war die Katze! Jajaja! Irgendwann, Leute! Checkt mal! Oh mein Gott! Checkt mal rechts oben! Warte mal! Was ist das denn? Hä? Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht! Ach, das ist laub wahrscheinlich! Ich weiß es nicht! Jedenfalls, Leute, schickt recht! Das letzte Folge! Das letzte Folge wurde von Siren Head verfolgt! Es war laut euch eine der heftigsten Folgen! Äh, gleich auf mit Hydrazilla! Siren, etwa 50 Blöcke groß und das Ende... Leute! Guckt euch das Ende an! Das war das heftigste Ende von allen! Sogar heftig als Hydrazilla, das Ende! Ey, das war echt heftig, ja! Weil ich sollte mal überhaupt den Holz holen, oder so! Und Leute, abonniert mich! Ich komme zweimal pro Woche zur Zeit noch raus, hier im April! Und, äh, im Mai... Keine Ahnung! Muss ich schauen, Leute! Kommt drauf an, wie viele Likes ihr da passt! Äh, okay! Ich glaube, hatten wir schon mal einen Dschungeltempel? Oh mein Gott! Ich dachte, dass hier ist irgendwas! Okay, warte mal! Geh mal hier oben rüber! Okay! Ich glaube... Warte mal! Ich glaube, es ist so... 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 Hä, was? Ich bin drin! Yes! As of? Dias! Yay! Okay! Äh... Knochen! Knochen! Warte, ich kann mir Weizen anbauen! Warte, ich kann mir Weizen anbauen! Ja, stimmt! Dann kann ich Kekse machen! Ja, weil... Mir fällt gerade auf, Leute! Wir haben kein Essen jetzt hier! Wir haben kein Dorf! Wir haben kein Garnix gefüllt! Aber ich habe schon Kakaobohnen! Ich kann Kekse machen! Ich brauche nur Weizen... Oh mein Gott! Ich habe gerade mein Gold verschwendet! Äh... Eigentlich egal! Äh... Egal! Äh... Jetzt habe ich keine Goldrüstung! Ich schaue mal, ob hier noch irgendwas ist! Außer... Eine Dings... Hier ist eine Chest! Ja, okay! Ich habe mehr Gold gefunden! Sehr gut! Und... Ich habe Poison Pfeile! Ich habe jetzt schon mal hier... 12, 13 Holz! Jetzt, wie viel Holz brauchen wir? Äh... Wie viel habe ich jetzt? 18... Ich glaube, das ist über einen Stack, oder? Ja! Was machst du hier? Brauchst du wirklich eine Farm? Ey, wir sind eigentlich in einem Speedrun! Wir sind nicht in einem, äh... Ich habe schon welche gecrafted! Willst du welche haben? Äh... Ich meine, ich habe kein Essen! Hast du von daher? Ja, bitteschön! 16 Kekse! Äh... Ich glaube, die Kekse bringen eine halbe Stings... Oh! Stopp! Hörst du das? Das kommt von oben! Oh, bist... Von wo kommt das? Wo kommt das? Wo kommt das? Das ist auch, oder? Hier! 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 Oh mein Gott! Hier! 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 Was? Wir müssen die Box immer wieder aufspielen! Ich glaube, wenn die Musik aufhört... Dann kommt er! Hä? Was passiert, wenn die Musik aufhört? Dann kommt wer? Spiel ihn! Ja, Puppet! Das ist... Kennst du das wie so... Dieses Spielzeug... Spielzeugbox... Wo so ein... Mit so einer Feder so ein Dings rausspringt! Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist das hier! Oh mein Gott! Spiel es ab! Spiel es ab! Ich spiel es ab! Oh mein Gott, wie creepy! Ist es immer weiter? Leute, wir können nicht die ganze Zeit... Warte mal... Äh... Ich mache mal eine Axt... Äh... Und eine Schaufel... Du hast es abgebaut! Warte! Okay! Ich glaube... Okay! Ich glaube... Wir können das so machen! Wir können das ab und zu anmachen, meinst du? Ja, ja, ja! Lass mal schnell runter zum Ruined Portal! Ah, hier ist ein Ruined Portal! Oh, denkst du? Ich meine... Warte mal... Wenn ich es abbauen... Äh... Dann kann ich rauskommen, oder? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, das hier ist safe! Äh... Was habe ich hier? Goldene Karotten... Obsidian... Nur eine Axt... Äh... Hier einen Schaden der Helm, wenn du willst! Ah, das ist so creepy! Ich habe 29! Okay! Mach schnell wieder an! Mach schnell wieder an! Warte mal! Wie soll der aus... Aus meinem Invental rauskommen? Weiß ich nicht, aber mach es wieder an! Ich weiß nicht, was passiert! Dein Ernst? Nein! Hörst du das? Ich will nicht diese dumme Musik... Warte mal! Warte mal! Warte mal! Da war was! Da war was! Da war was! Da war was! Wirklich! Leute, ich will zurück! Hast du es gesehen? Da oben, da oben! Da ist es... Da ist was! Siehst du das? Da ist gar nichts! Da ist oben! Oh, guck, 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 guck! Da, da, da! Eine Puppe oder sowas! Oh! Oh mein Gott! Hast du es gesehen? Okay, okay, okay! Äh... Hast du es auch gesehen, oder? Ich spiele ab! Warte an der Seite, glaube ich! Oh, nee, es geht! Okay... Ich glaube, es ist wie so eine... Wie so eine... Wie so ein Baby, was schlafen will mit der Musik! Oh Gott! Keine Ahnung, lass rein! Lass rein! Lass rein! Hast du Goldrüstung? Und es ist aus! Oh, ich sehe die Bastion! Okay, okay, okay! Äh... Ich habe keine... Oh, pass auf! Ich habe keine Lava! Aber ich glaube, das sollte so eigentlich passen! Ich meine... Normalerweise sind die Monster nie durchgekommen! Also wir haben nie gesehen, dass das abgebaut wurde jemals, oder? Nee, ich glaube nicht! Okay... Äh... Ach so... Äh... Ein Bastion! Oh stimmt! Ja, hier ist die Bastion! Und ist die Bastion sogar! Es kann sogar wirklich sein, dass Puppet gar nicht ein Netter kann! Also... Kann auch sein, Jo! Warte, was wenn wir die Box in Lava machen? Hahaha! Hohoho! Ja, lass wachen! Ich habe... Nee, nee! Ich habe... Stop! Stop! Was? Was? Hörst du das? Ich habe es gehört, ja! Acht mal ein bisschen! Äh... Okay, ganz ruhig! Äh... Stiefel weg! Äh... Boot wäre ganz gut! Ich mache dir auch mal eins! Hier! Brauchen wir noch irgendwas? Ah, ich könnte dir nicht Kekse geben! Ich habe goldene Kratten jetzt! Nein! Nicht jetzt! Nicht jetzt hier! Nicht! Oh mein Gott! Was? Okay, okay! Äh... Hier, ja! Hohoho! Okay! Leute! Und war er da? Ja! 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 Casey! Eine Aufgabe für dich! Was? Was? Ich bin runtergefallen! 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 Irgendwo her? Hier ist ein guter Teil. Hattest du dich am Anfang gefunden? Ich habe eine Dia-Spitzhacke gemacht! Nein, wieso machst du denn eine Dia-Spitzhacke? Okay, ganz wahr, ich esse. Oh nein. Komm runter, komm runter. Wir können es nicht mehr abspielen. Er wird richtig sauer werden, oder? Oh nein, ey Leute, was kommen wir denn dafür? Hol mal du Piglins, wenn du kannst. Ich hol mal ein paar Piglins, ja. Hier waren ein paar drin. Ich meine, Leute, er ist eine Pumpe, eine Marionette. Wie schlimm kann es denn sein? Ne, ich habe Blindness. Ja, ja, ja. Schlag ein und dann lauf runter. Und wo soll ich denn hinlaufen? Oh nein, ist das... Ich habe ein Zombie-Piglin geschlagen. Es war kein Piglin, es war ein Zombie-Piglin. Ja, jetzt musst du dich verstecken, jetzt ist die ganze Welt auf dich böse. Nein, ernsthaft? Was? Ich bin nur einschlägst in der Halle Welt auf der ganzen Welt. Nein! Es ist... Was kann doch nur hier passieren? Das wusste ich doch nicht. Okay, egal, egal, egal. Ah, ich habe sechs Pferlen. Warte, ich höre jemanden graben. Das war ich. Okay. Ah... Du hast Glück, die meisten sind ins Loch gefallen. Okay. Ich habe Schärfe 5. Warte, Flo, hörst du das? Ja, ja, ja. Ich hoffe mal, die traden hier schnell. Ah, bleib safe, bleib safe. Ich baue mir hier zu. Okay, nice. Ja, Leute, vor allem, vor allem... Wo ist die Box hin? Haben die Piglins die getradet? Das kann ja echt nicht sein, das ist ein Get-Trader-Item. Die Piglins sind immer noch auf dich. Äh... Okay, Piglins... Ich glaube, ich habe nur zwei Piglins hier. 13 Perlen! Okay, kommt mit, wir gehen. Mir fehlt... Wie soll ich denn mitkommen? Boah, stopp! Nein, hier ist hier, hier ist hier! Okay, grab dich hinten raus. Ich glaube, hinten ist frei mit der Bastion. Er war hier, er war hier, oh mein Gott. Ich geh hoch. Fahr dich hoch. Wir treffen uns oben auf der Bastion. Ich muss hier noch mehr Piglins suchen. Okay. Hier ist noch einer. Äh... Oh, ich habe null String hier von den Piglins. Außer du hast... Aber ich habe... Ich habe Respawn-Anker. Komm mal hoch hier. Äh... Ich schaue mal, ob hier ein Top-Hut ist. Wollen wir auf die Bastion hoch? Ah, oh mein... Nein! Es ist oben! Okay, geh nicht hoch, geh nur, ich geh nicht hoch zum Bastion. Geh nicht hoch? Ja, wo treffen wir uns denn? Ich habe keine Ahnung! Ich brauche nur zwei Obsidieren. Warte mal. Ich grab mich nach ganz rechts oben. Also quasi dort, wo du warst. Unten. Gerade nach oben. Ich bin bei dir. Weil ich bin unter dir. Pass auf, geh nicht... Geh nicht raus! Ist da oben ein Top-Part, um mir zu Kisten? Doppelkisten? Nee, ich glaube nicht, oder? Guck mal, hier ist ein... Weg. Warte mal. Hier sind zwei Piglins! Äh, komm mal hier. Aber die sind nett. Ja, wir können mit den traden. Okay. Oh mein Gott! Ey Leute, der hat so richtig creepy Augen! Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich glaube, hier ist irgendwo noch eine Kiste. Für Obsidian. Brauchen wir Obsidian? Ja, zwei Stück brauche ich. Ach, guck mal da. Ich habe Big Step! Aber ich habe keine, äh... Oh, ich habe Chaos of Binding auf meinen Goldschuhen. Oh nein. Ich nehme die Armbrust, ne? Hast du Fäden? Von den Piglins bekommen vorhin? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Brauchst du? Ja, warte mal. Ich schau mal, was die hier haben. Ich habe 30 Fäden. Ich brauche halt... Ich brauche Obsidian. Ich habe locker noch ein Stack. Ich habe noch mehr. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles, was ich brauche, ist zwei Obsidian. Oh, Perlen. Perlen haben wir genug. Ah, hier hast du mal Feuerreiß für dich. Danke. Wir sollten schnell weg, wir sollten schnell weg. Ah, und Stiefel, dann müssen wir schnell auf Soul Sand. Ich brauche gar nicht viele Fäden. Ich habe ein Stack Closed on. Oh, hier. Slow. Okay, und jetzt weg. Ich hatte welches. Ah, hier runter direkt. Ich habe die Felsen direkt hinten sichtbar, oder? Ja, war sie, war sie. Ich glaube, Puppet ist noch böse. Die ist auf uns. Oh, no. Ah, ich glaube, die sind nicht mehr weh. Ich glaube, die haben sie geholt. Guck mal, der... Ach, schau. Der Bicke hat meine pinken Stiefel. Ach, der hat die aufgesagt? Nein. Okay, sieh. Ah, du kannst dich hochbauen. Ah, ich mache es... Ja. Ich mache es cool. Okay. Okay, ich auch. Schaffst du es? Oh. Oh, du hast glaube ich überschossen. Bin auf deiner Seite rausgekommen. Ich höre ihn. Hier sind Blazers. Warte mal. Es ist eine neue Musikbox. Warte, echt jetzt? Und ich habe keine Feuerstanz mehr, weil meine schon auslief. Äh... Warte, ich gebe dir, ich gebe dir hier. Ja, mach mal. Äh... Äh, sieh, warte! Wo... Wir haben jetzt kein Blayspawner. Hä, wieso nicht? Schon oft voll. Ja, guck mal. Hier war statt eine Blayspawner in die Box. Äh... Ist das? Ist das unsere Box? Hat sich teleportiert? Warte, hast du den Schalter noch? Weil wir jetzt zwei Schalter haben. Das wird das neuer, oder? Jaja, das ist... Hä? Hey Leute, ich bin so verwirrt. Merkwürdig. Aber ich glaube, solange wir das aktivieren... Ah! Flo, Flo, Flo. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, warte. Wir können es eigentlich mitnehmen. Äh, hier. Okay. Äh, wir müssen nur... Ja, wir müssen nur... Wir müssen nur den zweiten Flexpawner finden. Wir spawnen immer zwei. Hier! Hä, was? Äh, diese komischen Treppe, das ist immer ein Spawner. Ah, nice. Ah ne, ist es noch ein bisschen? Ja. Wie so ne Babymusik. Mach an. Okay. Ich kam jetzt safe. Okay, du mal die Blazes. Können wir die Plan abbauen? Ich mein, solange wir das aktivieren... Ich mein, wir können es auch ins End mitnehmen in diese Box, oder? Ja, eigentlich schon. Wir dürfen nur die Box nicht verlieren. Ich kalt jetzt im Auge. Ich hab jetzt die Safe teleportiert vorhin. Hier ist die Blaze. Äh, warte mal Ryan. Äh, spiel du schnapp, spiel du schnapp. Ich geh die Blaze. Ich geh ab, ich geh ab. Warte. Alles gut? Nein! Hab ich sie kaputt gemacht? Nein, du hast ein schwer... Hä? Du hast sie nicht abgebaut, oder? Nein, ich hab sie nicht abgebaut, aber du bist kaputt gegangen. Hä? Oh, meine Feuerwehr ist aus. Hast du das gesehen? Äh, hast du noch einen Trank? Ja, du weißt, was ich meine, oder? Ja, 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 ich weiß. Au, au, ich sterbe. Oh mein Gott, ich bin dead. Äh. Geh schnell, geh schnell weg. Oh, ich weih gerade aus. Warte, ich hab noch einen Trank, ich musste den raussuchen. Komm her. Au, 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 au. Äh. Oh, ein Splash, nice. Okay. Leute, was soll ich da machen? Die Box verschwand einfach. Hä? Aber wie... Wie ist die einfach weg? Wie ist die einfach weg? Wie kann die denn einfach weg sein? Ich weiß nicht. Ey, ich glaub, es hat irgendwas mit Papa zu tun. Hat er die weggemacht? Ich glaube. Weil ich hab ne schärfe Fünffachs. Vielleicht teleportiert die sich wieder zu ner neuen Richtung? Ja, aber wo denn? Okay, die war voll mit dem Blaze Spawner. Wo müssen wir als nächstes hin? In die normale Welt, oder? Warte, schau mal zurück zum anderen Blaze Spawner. Meinst du? Ich weiß es nicht. Haben wir genug Blaze Rods? Oh, Entschuldigung. Oh, ich hab sieben. Ja, perfekt. Super. Und du safe auch ein paar. Okay, nice. Ich hab zwei. Ähm. Quartz in bed. Wir müssen mehr nach rechts. Ne, die ist nicht mit dem anderen. Ne, ist sie nicht. Ah! Oh mein Gott. Ich hab... Nein, pass auf! Alter, ich hab... Ich hab mir meine Füße richtig gegen meinen Tisch geschlagen. Und ich hab mir richtig meinen Tee nachgegangen. Oh mein Gott, da bin ich gerade erschrocken. Ist er weg hier? War sie weg? Hier müssen die Richtung, da wo sie herkommen. Alle Leute, meine Tee sind... Alter, safe wird jetzt mein... Mein ganzer Fuß blau. Keine Ahnung. Alter, ich hab mich richtig gegen meinen Tisch geschlagen. Ähm. potrzeber geh. Wer bist du denn hin? Ja, es sollten nur die Chorts sein. Die sind ungefähr. Oh mein Gott. Ääääää... Warte, warte! Warte, warte! Bist du nicht bei mir? Ich seh dich. Alles gut. Kommst du wieder? Okay, wir haben Obsidian. Ich glaube, wir sollten safe sein. Wir sind nicht perfekte Chorts! Weil die perfekten Chorts sind hier in der Wand irgendwo. Aber, äääääääh.. Okay, ich habe zugebaut Oh mein Gott Warte mal Wasser geht auch, Wasser geht auch In der echten Welt, okay Nice, ich habe noch einen Stack Gold Wenn du Goldrüstung haben willst Was hast du gejobbt? Ja, Design Wir haben hier, ich habe so viele Enderperlen, das ist unfassbar Zwölf Ich kann noch ein paar extra machen, ich habe sieben Perlen Nein, ich habe überall ein Stick Lows und Dust Okay, ich mache mir das erste Mal Warte, hier so Boot hast du Warte mal, wir könnten eigentlich hier Welche Richtung Hier rüber Ihr könnt vielleicht einen Umweg nehmen Ich habe es Übers Eis, easy Wir sind schon ein Eisboot rein, eins gegen eins Nein, das kann ich nicht Kannst du nicht? Okay, lass machen Ist nicht so schwer, warte mal Sagen wir erstens, mache ich mir mal meine Betten Damit ich safe alles ready habe Wir sind doch eigentlich weit draußen Warte mal, stopp, wir haben keine Musikbox Wir sollten nicht ewig erwarten Okay, Boot habe ich hier Ist hier ein gutes Ding? Warte mal Wir müssen in die Richtung Okay, warte mal, stopp, komm hoch Wir starten hier oben Okay Irgendwie weiter in die Richtung So weit das Eis geht Oh, hier ist es richtig gut Okay, okay, okay Einer, ich habe es noch nie gemacht Das ist richtig, richtig spaßig Okay Ähm Okay, ready? Ja, und wohin? Äh Das Eis geht Bis zum Land da hinten Okay Wenn es so weit geht Drei, zwei, eins Go Okay, okay Kurve, Kurve, Kurve Ich will nicht Leute, cool Oh mein Gott, hier rüber Ja, das geht richtig weit Oh, hier ist ein enger Weg Oh mein Gott Oh, ich bin angefahren Nein, 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 nein Wo bist du? Ah, ja Und weiter Yeah Oh, es ist gar nicht mehr so einfach Wie es ausschaut Yeah, Eisbärbaby Ey, das geht wirklich weit Echt? Warte, wo bist du? Ich bin unterwegs Du musst so richtig driften hier Soll ich warten? Nein, fahre ich ohne mich weiter Sehe ich dich? Ich bin ganz hinten am Eisberg Warte, ich schau mal Ob ich dich hier rumdüse Ah, ich seh nicht Ich seh nicht Ich werde, du bist falsch abgebogen Komm schon Ich bin falsch abgebogen Pass auf, der Eisbärgeist Pass auf Ich hab Perlen Go, schnell Warte, kann ich einsteigen? Das ist ja geil Okay Haben wir noch irgendwas Bestandsaufnahme Wir haben Ich hab eine Axt Bestandsaufnahme Ja, Inventur Ich hab ein Stack Blackstone Was hast du? Ich hab das hier noch gefunden Was? Ey, Leute Das Totem Galaxy Loverprint Ist permanent Übrigens wissen viele gar nicht Das hier hinten Das ist ein T-Shirt Das gibt's hier Ebenso mit, was ich heute gerade anhab Das Team Melone Dunkelregenbogen allover brennt Auch richtig sick hier Das sind so ein paar Sachen Was viele gar nicht wissen Was im Shop eigentlich gibt Ey, so Leute Shop.chaoswitz.com Durchstöbert den Shop einfach Vielleicht findet ihr Was cooles Was machst du hier? Okay, ich steigern Ich bin schwindelig Warte ganz kurz Äh, bevor wir fahren Was machst du? Hör auf Wir sind auch schwindelig Let's go Go, warte mal Äh, Sonja, hast du das? Äh, die Richtung Die Richtung Weiter Weiter, weiter Du willst du lieber fahren Ich kann nicht fahren Was will ich fahren? Weil es ist auch kaputt Ich glaub schon Okay Weit in die Richtung Da sind wir sogar richtig gefahren Oh, der Fischi Hab ja auch ein Eis-Dings Ähm, ich glaube Oh mein Gott Okay Hast du Stahler? Ja, ja, ich glaub Ich bin ein bisschen nah dran Am es schon heute Warte mal Ist er das? Wo denn? Hier Herr, wo denn? Ah ne, das ist Eine Ozeanruine, oder? Eine Ruine, ja, ja Ne, aber das ist Warte mal, schau mal, schau mal Ich dachte gerade Das ist alles die Ruine Äh, hier Hä? Oder? Doch, hier, hier Nice Äh, lass mal hier irgendwo rein Ne, hier ist ein Eingang Ich seh dich aber nicht Ach da Und hier ist ein Ende Warte mal Warte mal, die spielt Die spielen viel schneller Nein Hier ist die Spieluhe Warte mal, der Enderman portet sich Warte mal, warte mal, warte Der Telefon Ja, mach dir mal ein Bett Mach dir einen Reset-Punkt hier Ne, ich brauch's nicht Ich bin Profi Okay Warte, kann ich dir nicht Okay Ihr seht die Box Ich kann dich nicht abbauen Guck mal, der Enderman Der Telefoniert sich nicht raus Nein, der Enderman Die Musik ist viel schneller jetzt Ja Jetzt müssen wir öfter abspielen, oder? Kein Willen Es reicht mir, es reicht mir, es reicht mir Äh, ich sehe, hast du ein Feuerzeug? Äh, ja, wozu? Oder warte mal, komm mit hier Lass mal zuerst zurück Oh, no, 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 Creeper Zum Anfang Äh Warte mal, mein Schalter ist weg Mein Schalter, hast du den Schalter? Nee Brauch ich den? Oh mein Gott, sehr viele Monster Oh Ja, pass auf Oh mein Gott Ah, in die Richtung Wir sind schon richtig Hier weiter Wir müssen die Türen zurückverfolgen Warte, hier ist Lava Warte, hier ist Lava Ich sehe, es reicht mir langsam Ja Ich glaube, ich muss es tun, warte Ja, was machst du denn? Vielleicht besiegen wir ihn so Warte, geh runter, geh runter Lava, aber du sollst nicht in die Lava Runter, runter, runter Ich habe die Lava aufgesammelt Guck mal, ich sehe Warte Weil jetzt hier mal teleportiert Aber jetzt kann sie sich nicht mehr teleportieren Jetzt ist aus mit der Musik Das heißt, wir können nicht weit sein, oder? Ja, ja, wir sind dann näher Ja, jump, jetzt haben wir eine Schaufel Nicht hier Auch nicht hier Ich glaube, es ist in die Mitte Okay, Problem ist Ich glaube, der ist jetzt sehr böse geworden dadurch Dass wir seine Musikbox kaputt gemacht haben Oh, wenn Lava in meiner Hand hat, aber kriege ich Licht Okay, hier ist Bibliothek Äh, Leute, wir sollten Vielleicht hätte ich das erste Portal rummachen Oh, ich habe ihn Oh, nein Äh, ich bin der Portal rum Ah, ich habe vielleicht zugebracht Nein Okay, du hast einen Respawnpunkt Komm, einfach zurück Ich bin Respawn Alles gut, alles gut Lauf zurück Äh, weißt du, wo der Punkt ist? Ich weiß, wo ich war Oh mein Gott, Leute Aber jetzt gibt es keine Box Jetzt hat sich es aus Warte, ich baue ihn in der Treppe Jetzt hat sich es ausgeboxt für ihn Bist du da? Warte mal Ich bin da, ich bin da, ich bin da Okay, äh Ich grab mich Hast du Wasser? Äh, ja Brauchen wir Wasser? Äh, egal Grab dich nach mir hoch Ich habe Betten Wir sind eigentlich full ready Oh mein Gott Okay Alles klar Äh, was brauche ich? Obsidian? Ist hier? Ja Wo ist der Drache? Wie, wo ist der Drache? Äh, äh, der Hier ist eine riesige Musikbox in der Mitte Mit einem großen Schalter Was? Was? Hier ist ein Störsignal Hä? Was geht hier ab? Es gibt keinen Drachen Es gibt keinen Drachen Wie soll ich den Schalter aktivieren? Der ist zu groß Äh, der ist hinter dir Hab ihn Okay, nice Was sollen wir denn jetzt machen? Oh mein Gott Er ist da drin Was war das? Es war der riesige Musikbox mit Puppet drin Okay, das ist sehr, sehr, sehr komisch Ist er da? Ich muss Obsidian Place Nein, nein, nein Es ist hier, es ist hier Lauf, lauf, lauf Nein, 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 der ist bei mir Nein, Flo Oh mein Gott Ich bin bei dir Komm schnell, beeil dich Und ich hab drei, kommt Nein, was? Er passt oben Meine Box ist, ist oben Nein Wir müssen das abbauen Du musst das abbauen? Ja, müssen wir Störsignal wieder Äh, ich platziere mal meine Respawn-Anker Warte Oh mein Gott Wir müssen die Box oben abbauen Der Drache erkennt immer den höchsten Punkt Oh nein, Puppet ist hier, Puppet ist hier Mach viel, der Mensch Mach viel, der Mensch Warte, ich geh hoch Ich geh hoch Nicht das hin? Ey Leute, wie das Was ist mit den Endslosen letzter Zeit? In der Mitte der Abbau oben Mein Gott Komm, der Dragon Weiß es nicht Ich hab es abgebaut Weiß ich das? Oh nein, der schlägt mich Puppet ist hier Nein Ich heiße meine letzte Karotte Der Flo Dragon Firepoint Nein, der ist ultra schnell Das ist ein Puppet Okay, das muss jetzt klappen, oder? Oh, die Puppet sind böse auf dich Weil du bastelt eine Box ab Nein, weißt du Ja, du sollst jetzt Oh, er ist unter dir Ich hab so halbes Herz, du Äh, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg Ich weiß nicht, was ich machen soll Komm schon, Dragon Ey, die Musik Ich seh dich Ich hab keine, ich hab keine Essen mehr Ich hab keine Essen mehr Ich dropp dir, ich dropp dir Warte, bist du da? Ich hab noch goldene Karottenpaar Kommt der Nice, nice, nice Nice, nimm Oh, Dragon Yes, Dragon, komm, Dragon, kommt Dragon, kommt Nein Komm schon Nein, Puppet ist bei mir Yes, treiben Nein Und zwei responieren, komm Oh mein Gott Lauf weg, lauf weg, lauf weg Essen, nehm, essen, nehm, ja Essen, nehm, bitte Ja Wir können nicht rein, nein, ich hab Nein, mit dir Wie denn? Warte mal Oh, mit der Enderperle, oh mein Gott Alle Leute Wenn das end Die End werden immer krass sein verfolgt Ich glaub, das war das krassste End bis jetzt Lass den Laub Daumen hoch da Shop.causwitz.com Gönn dich hier die saftigen Designs Donut, äh, was ich gern anab Und, äh, Geburtstag Design Shoppies vorbei, abonniert mich Haut rein und schau Jetzt Bist du ready? Dann hol dir jetzt ein eigenes Flauschiges Plüschtier Für zu Hause Saftig Manfred Totem Blocky Meloni Baby Chaos Row Und viele mehr Mit dem eigenen Plüschtier Deiner Seite Begleite ich dein kleiner Freund Durch den Alltag Nur jetzt auf Shop.causwitz.com Das ist ein kleiner Freund Das ist ein kleiner Freund Das ist ein kleiner Freund